Weißt du schon Bescheid, oder was? We wanted to give you the facts about the accident, ma'am I appreciate that, but I think I know most of them already, Detective He was hit by a car, now he's dead What more is there to tell? Pardon me, but you don't appear to be too upset about it Lester and I met on a furlough in 44 We got married that weekend People don't understand it now, but that happened a lot back then I see, so you probably did well to stick together this long What's that supposed to mean, mister? I think it's about time you left I have someone here, and I... Beg your pardon? You're gonna have to run that one by us again, sister It's okay, Lorna I'm Leroy Sabo Well, well Nice to see you're comforting the grieving widow, Mr. Sabo All right, wise guy Do you have any intelligent questions you would like me to answer? You can confirm Mrs. Patterson's story Lester lost at cards He was kinda hard to control when he lost his temper He turned without looking and walked right out in front of the car It wasn't good What's your relationship with Mrs. Patterson, Mr. Sabo? We're friends Good friends You expect me to believe that? Look, I was filing for divorce Mental cruelty Lester could be a mean son of a bitch And Lester knew about that? No I hadn't told him Well, hasn't this worked out well for the two of you? I feel almost bad for busting in on this little rendezvous Hmm, hmm, hmm Ja Dann fragen wir uns hier mal aus How did the car come to hit, Lester? He walks straight into the path of an oncoming car Ja, this grinse You expect me to believe that, Lorna? It's all very convenient Gambling for Lester was like the needle for a hophead He was yelling at me He was yelling at the whole world Kind of felt sorry for the driver Ford, I had no chance Ja, dann, ähm, mal die Frage, warum sie sich geschritten haben You were arguing in the bar and on the sidewalk? You were always arguing So what? Haha, super Ah, die Augen, hey Admit it, you were baiting him, pushing his buttons We can easily get the full story from the regular and the bar Alright Lester was playing cards out back He lost, of course, and wanted back in He suggested I earn the money on my back to get a mistake That was the proposition he was putting to his so-called buddies So maybe I was a little angrier than usual Let's just say I took exception to his idea Okay, Partnerschaft mit Leroy The bartender said that you and Leroy were planning to go into business together Can you explain how you'll get the money to do that? I have a little money saved away He luked doch auch schon wieder, ich tue mal auch wieder anzweifeln Sabo has no money This place can't be worth much Where is the money coming from? My father left me this house and some money Lester took out a second mortgage I held on to the money and kept my mouth shut And that's all I'm gonna say on the subject You and Mr. Sabo have an interesting day I'm sure we will, officer Now if you could both just leave We're leaving, ma'am Sorry for your laws I can see what a tough time you're having with all this Come on, Phelps Let's make ourselves scared I'm out of here, Lona I got a business to run I think Mal is done with the autopsy? Better call it in and check Phelps Between the driver and the widow I say we start dealing with the facts Damn Damn Schade, ich dachte jetzt wirklich Könnt ihr da jetzt wieder alle Fragen richtig beantworten Aber nur gut Phelps, batch 1247 How can I help, detective? I need to run a partial license plate Three Charles Eight Crosscheck possible Lincoln owners Suspect vehicle is a red Lincoln Continental Just a moment, detective Only one possible make on that license Registered to a William Shelton 738 West Temple Street Any messages? Just one detective from the corner Message reads Phelps, see me at Central Morgue immediately Results of the Pattison Autopsy Thanks for your help Okay Dann gehen wir aber jetzt eine Schünderei nach vor, oder? Dann als erstes Mal zu Den Wohnsitz fahren Und dann ins gleiche Schauhaus Eine Schünderei nach Ah shit, hey Ich dachte die Frau Lügt immer Aber ich Weiß nicht Wir hatten ja keinen anderen Beweis Also Hm Das ist auf jeden Fall mal Ein richtig schöner Wohnsitz Das ist der Sonne der Bitch Ja Es sieht nicht gut aus, Shelton Du packst deine Beine und machst eine Runde für sie Du kennst, warum wir hier sind Ja Das Erste Wir haben witnesses, die können dieses Auto auf die Szene Nicht zu sagen, die physische Dämpfe Das ist ört und ört, Shelton Äh, lauf Okay, verfolgen sie auch Das ist eine Schauhaus, die denkt, sie kann von allem Ah, das ist wieder Okay, jetzt haben wir auch, glaube ich, die Sirene angeschaltet, oder? Die lassen wir mal an Oh je, mein Okay, er flüchtet auf jeden Fall Das ist sehr verdächtig Was machst du mit dem Radarzen? Komm schon Das ist immer sehr verdächtig, also hat er auf jeden Fall was damit zu tun Zack Zack Ah, bin schon drüber Das ist, äh, schon heftiger Oh, Achtung Zu beschützen Oh ja, jetzt habe ich jemanden umgebracht Oh shit Oh je, meine Was ist denn das jetzt? Gibt's auf jeden Fall Sachen, schauen wir wieder hier Oh, da bremst du mich aus hier Hört's doch auf hier Leute, Leute, Leute Geh, wo ist er hin, wo ist er hin, da vorne, okay Alles klar Lauf Halt es da rein, Shelton Was ist er auch, oder? Mein Mann, das ist sehr verdächtig, rät zu schärfen, Shelton Ich habe ihn 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 einfach nur panisch, aber es war nicht meine Schuld Was bedeutet das? Der Mann hat mich direkt vor mir Es kam aus keinem Es kam aus dem Es gab nichts Ich kann es tun Warum hast du nicht? Ich habe ihn vorhin schon Ich habe ihn vorhin Das ist es Wir sind hier Hm. Okay, dann schauen wir jetzt nochmal in die Leichenhalle, oder? Warte, ja. Äh, Leichenschauhaus. Zack. Ich glaube, da jetzt ja noch einen Hinweis finden. Meint ihr da jetzt ja dann in das Leichenschauhaus wegen der einen Leiche, oder was? Haben sie da vielleicht noch was gefunden? Leicht. Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall ist die jetzt auch wieder nicht weit entfernt, das ist sehr gut. Und da haben wir schon mal einen Leichenwagen. Ambulanza. Wo können wir uns denn hier anmolden? Wirklich. Ich habe das Job 23 Jahre, son. No one's ever lapped at one of my jokes. He was stabbed to death? Long, sharp knife. Length of a bayonet. So the hit and run was a cover-up. I'd say he was stabbed twice at very close quarters. Both wounds thrust him upward and then pushed in front of the car. Easy, Tiger. Clever, really. I almost missed it. But the trajectory of the wounds was all wrong if he was impaled by the hood ornament. Find the knife, Detectives. Yes, sir. It all comes back to the crime scene. Shit. We need to hit raise one more time and fall for evidence. Damn it, das hätte ich... What the hell? Hätte ich gleich... Oh man, das hätte ich gleich am Tatwort sehen müssen. Diesen Hinweis. Ob der jetzt noch da ist? So there was some truth to Sheldons Cock and Bull story after all. He didn't stop, but he didn't kill Patterson either. I'm no betting man, but I know I'd put all my chips. The grieving widow and her shoulder to cry on. Now all we need is a murder weapon. Hey, Logan! Shit. Naja, die kann jetzt überall sein. Aber... Ja, vor allem mehr hat's da auch nicht gegeben, oder? Dass da vielleicht irgendwie reingeh, schmissen, was ist die Waffe. Oder besser gesagt, das Messer. Ha, ha, ha. Das ist wieder die Frage. Damn it! Das ärgert mich jetzt, dass ich die Waffe nicht gefunden habe, oder das Messer. Das hätte doch auffallen müssen. Schauen wir mal, vielleicht ist noch irgendwo ein Container oder so. Das macht jetzt nicht viel Sinn. Ja, ich drehe hier aber auf hier. Schauen wir einfach mal. Schauen wir uns mal kurz nochmal um. Vielleicht finden wir ja hier was. Ja, doch, da ist ja natürlich ein Abfalleimer. Oder war ich doch auch dort? Moment, schauen wir hier mal. Nee, hier ist nix. Okay. Dann muss es in der Bar sein. Ja, okay. Schritt bei Schritt. Check, every inch of ground. Ja, vielleicht sogar auf der Toilette. Gentleman. Nee, hier kann ich aber nicht rein. Jetzt haben wir hier hinten noch. Den Hinterhof. Irgendein Lacher. Hier haben wir aber so nichts. Was haben wir hier hinten da noch? Ist abgeschlossen, alles klar. Okay, aber hier haben wir schon mal einen Poketisch. Das heißt, deswegen wird wahrscheinlich der erstochen worden sein. Nehmen wir sonst noch was? Ladies! Hier vorne wird doch auch nichts sein, oder? Also es muss wirklich ein Messer sein, oder? So habe ich das verstanden. Das kann es doch nicht sein. Ach, das ist ein Spiel. Ich dachte jetzt schon, hey... Also hier ist zu. Vielleicht muss ich dann wirklich mal durch den Hinterhof gehen. Ob da vielleicht was ist. Moment ja. Dann sprint ich mal wieder raus. Und versuch mal irgendwie einen Hintereingang. So, gehen wir hier mal entlang. Da haben wir schon gleich Hinweise. Zum Beispiel dieses Messer. Ja, aber nice. Haben wir sonst doch irgendwelche Hinweise? Nee, aber hier hinten denke ich mal nicht. Ist abgeschlossen. Genau, okay. Macht Sinn. Und sonst werden wir, glaube ich, nichts mehr haben. Möchte Container. Paletten. Nee, das war's dann. Okay. Dann rammen wir mal wieder nach vorne. Versuchen mal, mit dem Typen nochmal zu reden. Mit dem D-Y. Oh, shit. So, wo ist er denn hin? Hier ist er. Oh, soll ich jetzt wieder schießen? Eigentlich nicht, oder? Okay. Lassen wir es einfach mal so. Ja, normalerweise hätte ich gleich schießen müssen. Tak. E.T. Nein! Hups! You take nothing at face value. You keep digging and asking questions until you get to the truth. You got some sharp elbows on you, Detective. I like that. Keep up the good work. Damn, jetzt habe ich den erschossen. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber nun gut. Oder hätte ich jetzt wahrscheinlich, beim Schießen hätte ich wahrscheinlich darauf achten müssen, dass der Kreis dann irgendwie voll, ja voll, ja voll ist. Das war jetzt nicht so geil. Okay, aber gut. Okay, aber wir haben jetzt wieder einen Fall abgeschlossen. Dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.